Geht es dir auch manchmal so, dass du dich an den Klang bestimmter Bibelworte gewöhnt hast? Mir geht das manchmal so. Ich höre diese Bibelstellen und ich habe mich daran gewöhnt und ich bin mir schon gar nicht mehr so richtig bewusst, was darin berichtet wird. Mir geht das besonders so mit der Weihnachtsgeschichte. Ich habe kürzlich die Weihnachtsgeschichte gehört und ich hörte diese Anfangsworte. Es begab sich aber zu der Zeit und die Weihnachtsgeschichte lief vor meinen Ohren ab und eigentlich habe ich gar nicht mehr richtig hingehört, weil ich kannte sie ja so gut. Als ich sie später nochmal nachgelesen habe, blieb ich im zweiten Kapitel vom Lukas-Evangelium an einer besonderen Szene hängen. Das ist die Szene, wo der Himmel aufreißt und es heißt, die Menge der himmlischen Herrscharen lobte Gott. Die Menge der himmlischen Herrscharen erfüllte Himmel und Erde mit Lobpreis. In der Bibel lesen wir dazu, dass sie sangen, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Alle Menschen, an denen Gott gefallen hat? An diesem einen Satz blieb ich besonders hängen. Andere Bibelübersetzungen sprechen vom Wohlgefallen Gottes. Das Wohlgefallen Gottes, das ist seine Freundlichkeit, das ist Jauchzen, das ist Herzensgüte, das ist Zugewandtsein zu den Menschen. Wusstest du, dass Gott Wohlgefallen an dir hat? Gott hat Wohlgefallen an dir, indem er in dieser besonderen Nacht Jesus auf die Erde sandte. Jesus wurde in dieser Nacht geboren. Lobpreis erfüllte Himmel und Erde. Die Menge der himmlischen Herrscharen lobte Gott. Sie brachten etwas zum Ausdruck, was vorher und nachher nie wieder so gewesen ist. Und es ist deshalb gewesen, damit wir einen Weg zu Gott finden können. Jesus wurde geboren, der Retter wurde geboren, der Erlöser kam. Gottes Wohlgefallen ruht auf dir. Du kannst heute eine Beziehung zu diesem Retter, zu diesem Erlöser aufnehmen. Jesus ist nur ein Gebet von dir entfernt. Wenn du das möchtest, wenn du möchtest, dass Jesus in dein Leben kommt, dass du eine Beziehung zu ihm aufnimmst, dann brauchst du eigentlich nur dieses eine kurze Gebet zu sprechen. Herr Jesus, komm in mein Herz. Sei du mein Erlöser und mein Retter. Vergib mir alle meine Schuld, meine Sünde, meine Ungerechtigkeit und wasch mich rein. Ich möchte, dass du in meinem Leben regierst. Siehst du, dann bist du von Neuem geboren, weil Jesus in deinem Herzen geboren ist. Gottes Wohlgefallen ruht auf dir. Gottes Wohlgefallen gilt dir ganz persönlich. Wir wünschen dir, dass du in dieses Neue, in diese Beziehung zu Jesus hineinkommst. Denn wir wissen, Gott hat mehr für dich. Untertitelung. BR 2018